Und deswegen auch, liebe Geschwister, müsst ihr euch auch, Jani, allgemein als Rat, nicht in die Irre, Jani, leiten lassen, wenn die Menschen euch immer so Angst einjagen mit dem Wort Jihad, Jihad, ja, oh, Jihad, voll schlimm. Jihad ist gar nichts. Und wenn du auch mit einem diskutierst, auch wenn es ein Lehrer ist, Chef oder was auch immer, auch wenn es ein Polizist ist, ja, ein Heuchler, egal wer das ist, du hast keine Angst zu haben. Nicht zu lügen, nee, wir haben, Jihad ist nur Anstrengung und Jihad, nein, nein, nein. Aber bring ihnen logische Beweise einfach. Sag ihnen, was ist denn bei dir in der Bundeswehr? Was ist für dich ein NATO-Einsatz? Was ist das für dich? Es sind doch Menschen, die sind am Kämpfen mit Waffen, oder? Und töten. Ja, das Gleiche gibt es bei uns auch. Im Islam heißt es nur nicht NATO, BND, keine Ahnung, KSK und so weiter, sondern, hast du gehört? Was ist das? Das ist das Gleiche ungefähr, das ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr, wir haben eine Bundeswehr auf Deutsch als Bundeswehr, bei uns hast du gehört. Der Unterschied ist was? Wir einen kämpfen für Ungerechtigkeit und wir einen gerecht für die Gerechtigkeit. Die einen kämpfen für den Satan, töten Frauen und Kinder und dann sagen die, wir haben uns bei der afghanischen Regierung entschuldigt. Entschuldigt? Du hast Menschen getötet, Frauen und Kinder getötet, du tötest, dann entschuldigst du dich? In welchem Zirkus läuft überhaupt so eine Sache? Wo gibt es überhaupt solche Gesetze auf dieser Erde? Und wenn ein Muslim eine Fliege tötet, ist er der Top-Theorist auf dieser Erde. Eine Fliege. Eine Katze tötet, dann steht die ganze Welt auf und alle wollen angreifen und keine Ahnung, was passiert. Wenn es ein Muslim macht. Und bei den Ungläubigen, ja wir haben uns entschuldigt. Oder wir geben mir ein bisschen Geld. Geld? Du hast meine Tochter getötet und dann gibst du mir Geld? Hast du meine Tochter im Supermarkt gefunden zum Kaufen, damit du mir dafür Geld gibst? Ja? Deswegen müssen wir uns nicht in die Ecke gedrängen lassen und die Wahrheit verstecken. Nein, das ist die Wahrheit. Ja, es gibt Jihad. Natürlich gibt es Jihad. Ihr greift uns an, dann verteilen wir uns. Das ist logisch. Das waren die Tiere sogar. Dafür brauche ich eigentlich mal einen Mensch zu sein, um Verstand zu haben. Ja? Die ungerechten Menschen, die ungerechten Völker, die gehen nach Afghanistan zum Beispiel oder Palästina und töten. Damit die dort die Religion und den Koran bekämpfen, damit die dort Demokratie haben. Ja? Keine islamischen Gesetze von Allah, sondern die Gesetze von Menschen, von Satan. Wie ihr es momentan auch seht, da werden Kinder vergewaltigt. Von wem? Von den höchsten und besten Menschen von ihnen. Von den Christen und so. Was machen die? Hey, da passiert gar nichts. Subhanallah, diese Menschen, wohin gehören die? Normalerweise, so nach der Logik eigentlich, Wenn ihr das nicht hinkriegt, die richtig zu bestrafen, ist mir egal, ob das Priester oder was auch immer das sein soll, dieser Typ, ist mir egal, wer das ist. Priester, Präsident, Papst, egal wer das ist. Wenn einer Kindervergewaltigt ist, ein Pädophil ist, der muss dafür bestraft werden. Und die islamische Strafe dafür ist Todesstrafe. Sondern kannst du ja nicht mal auf die Straße lassen. Und ihr seht wie hier, das ist ja nur, alle diese Täter, das sind alles Wiederholungstäter. Er vergewaltigt Kinder oder Frauen, kommt wieder raus, vergewaltigt wieder, kommt wieder raus. Warum? Weil das sind Menschengesetze sind. Guck mal, in Amerika, die haben über 5000 Fälle von Kindesmissbrauch an den Kirchen. Was haben die gemacht? Die haben jeder Familie 1,3 Millionen oder Dollar gegeben. Und was haben die mit dem Priester gemacht? Das habe ich bei Spiegel gelesen. Das ist nicht von mir, sondern das sind eure Nachrichten, eure jüdischen Netzwerke und amerikanischen Netzwerke. Ihr sagt das selbst. Die haben ihm Geld gegeben. Hey, du hast mein Kind vergewaltigt und dann gibst du mir Geld? Das gibt es nicht, subhanallah. Ich will gar kein Geld. Du hast mein Kind getötet, du hast mein Kind vergewaltigt, du hast sein Leben kaputt gemacht. Seine Psyche ist kaputt. So, das kann man nicht so. Was haben die mit dem Priester gemacht? Könnt ihr selber lesen im Internet. Die haben einfach einen Priester von A nach B, von New York nach Washington, von Washington einfach versetzt. Der hat hier sein Unruf getrieben, Kinder vergewaltigt, pedophil. Dann versetzen die in eine andere Kirche, damit er dort Kinder vergewaltigt. Subhanallah. In diesen Menschen, so etwas geht einfach nicht. Du kannst dich einfach mal mit den Kindern vergewaltigen und weil du ein Priester bist, dann entschuldige ich das. Oder es verjährt. Es verjährt? Es verjährt nicht, subhanallah. Aber da seht ihr, das sind Menschengesetze. Diese Menschen normalerweise, weil sie das mit ihren Gesetzen, weil sie mit diesen satanischen Gesetzen oder schlechten Gesetzen hier haben. Subhanallah. Weil hier das nicht hinkriegt, normalerweise müsste man diese Priester und egal wer das so etwas macht, in ein Flugzeug packen. Ab nach Mekka oder nach Kandahar oder Kabul. Und dann islamisch werden die bestraft. Das kann man nicht so entschuldigen, subhanallah. Die werden entschuldigt. Ja, wir haben uns entschuldigt oder Geld geben oder von A nach B verlegen. Subhanallah. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Wo leben wir überhaupt? Wenn ich das als normaler Mensch mache, kriege ich 10 Jahre Gefängnis. Oder ein Jahr. Ist ja nicht so schlimm, diese Sache bei denen. Meistens kriegt man nicht so harte Strafen. Kriegst du eher harte Strafen, wenn du Steuer hinterziehst. Aber richtig. Weil Geld ist bei denen number one. Auf jeden Fall. Ja. Das ist die Wahrheit, liebe Schüßler. Ja. Subhanallah. Wo leben wir? Nein, nein, nein. Okay, inshallah. Machen wir noch ganz kurz weiter und zu Ende. Inshallah. Wie gesagt, ich inshallah nehme die Verantwortung für all das, was ich hier und überall gesagt habe und sage. Warum lachst du? Inshallah. Wird das ja alles aufgenommen und die Heuchler, die Heuchler haben leider auch eine schlechte Karte gezogen. Weil die heucheln umsonst. Weil das, was wir sagen, was wir glauben, das sagen wir ja. Und wir nehmen das selbst auf. Wir stellen es selbst ins Internet. Ja, das heißt, wir machen alles publik, woran wir glauben und was wir sagen. Weil wir denken, dass es die Wahrheit und uns gerecht ist. Egal, ob wir danach Strafe bekommen oder nicht bekommen. Egal, was danach passiert. Ja, deswegen, der heuchelt, der kommt in die Moschee, schreibt sich ein paar Sachen oder merkt sich oder nimmt was auf. Dann geht er zur Behörde, bekommt da ein paar kleine Scheine dafür oder einen Stempel, dass er in diesem schönen Land bleiben darf hier. Das ist umsonst gemacht. Du hast deine Religion und dein Paradies umsonst verkauft für die Hölle. Weil wir sagen alles und wir machen das selbstwohl. Die brauchst du gar nicht. Die können das von uns aus direkt bekommen. Und wenn die bei uns anrufen, inshallah, wenn wir das aufgenommen haben, können wir das direkt per E-Mail und einer Datei zuschicken. Das ist gar kein Problem. Weil wir verstecken nicht bestimmte Sachen und wir rufen auch nicht dazu auf, ungerecht zu handeln oder schlechte Sachen.